Toffylicious Salted Caramel Cream Inside Patties hatten wir schon mal neulich erst mit Peanut Butter Inside und hier Salted Caramel Cream Inside. Ich war ja letztes Mal nicht so ganz begeistert davon, weil mir da zu wenig Geschmack war. Also das scheint hier so das gleiche zu sein, nur mit einer anderen Füllung. Die Idee fand ich ja schon ganz gut, das war nicht ganz crunchy, mehr so ein bisschen leicht crunchy, aber da war mir zu wenig Geschmack, zu wenig Füllung. Jetzt schauen wir mal, vielleicht ist das ja hier besser. Also vom Aussehen her das gleiche wie beim letzten Mal und es riecht aber intensiv karamellartig. Jetzt probieren wir mal. Guck mal, wie ich das zerdrücken kann. Ganz leicht. Was für eine Sauerei. Da seht ihr so ein bisschen auch die Cream Füllung. Hm, mach ich da ein. Mhm. Okay. Ja, also die gefallen mir wesentlich besser als die mit Erdnussbutter, ähm, weil da ist das Geschmackserlebnis, intensiver. Und ich glaube, ich hatte ja letztes Mal auch bemängelt, dass, ähm, das, glaube ich, zur Salted Peanut Butter mir besser gefallen hätte. Und hier hat man ja Salted Caramel verwendet. Hm. Und das schmeckt man auch. Hm. Hm. Die finde ich richtig gut. Die hat man leicht gekaut. Ähm, die sind schon so ein bisschen crunchy und die Füllung sehr nice. Also die kann ich euch immer eingeschränkt empfehlen. Hm. Und das Ganze kombiniert ihr jetzt noch hier mit der Peanut Butter und ich glaube, dann haben wir einen perfekten Peanut Butter Snack. Ja, kennt ihr die? Wie hat es euch gefallen? Lasst mich das wissen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Schöne Noelle. Oh ja, von mir aus auch Dachs. Ah, alles klar, au revoir. Und daumen hoch und da kommen da noch dazu und, äh, ab und nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis dennne. Antenne.